Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Mai 1949 ging es unter anderem darum, einen Bundeskanzler und einen Bundespräsidenten zu wählen. Damit dies aber geschehen konnte, musste erstmal ein Bundestag gewählt werden und mit genau dieser ersten Bundestagswahl, die am 14. August 1949 stattfand, wollen wir uns in diesem Video auseinandersetzen. Bevor wir uns das Ergebnis anschauen werden, will ich kurz etwas zu den beiden wichtigsten Anwärtern auf das Amt des Bundeskanzlers sagen und auf ein paar Besonderheiten beim Wahlrecht eingehen. Zu den Anwärtern. Im Vorfeld war klar, dass entweder die SPD oder die Union den Sieg davontragen würden, wobei der SPD größere Siegchancen zugerechnet worden sind. Der Spitzenkandidat der SPD war Kurt Schumacher. Er sprach sich wie seine Partei für eine baldige Wiedervereinigung und für die Verstaatlichung zentraler Industriezweige aus. Auf der anderen Seite vertrat die Union mit ihrem Spitzenkandidaten Konrad Adenauer die soziale Marktwirtschaft und versuchte im Wahlkampf die SPD in die Nähe der kommunistischen KPD zu rücken. Anders als die SPD legte die Union den Fokus nicht auf die Wiedervereinigung, sondern auf die Westintegration der jungen Bundesrepublik. Soviel mal dazu. Jetzt zu einigen Besonderheiten beim Wahlrecht. Da wären zu nennen, dass jeder Wähler nur eine Stimme hatte und es keine bundesweite 5%-Hürde gab, sondern es für eine Partei reichte, in einem der damaligen elf Bundesländer die 5%-Hürde zu überspringen, um in den Bundestag einzuziehen und bei der Sitzverteilung mit ihrem Bundesergebnis Berücksichtigung zu finden. Alternativ genügte es auch, wenn eine Partei ein Direktmandat holte, um bei der Sitzverteilung mit ihrem Gesamtergebnis berücksichtigt zu werden. Außerdem wichtig zu erwähnen ist, dass in West-Berlin bis zur Wiedervereinigung keine Bundestagswahlen durchgeführt werden konnten, da West-Berlin nicht vorher ein vollwertiges Bundesland werden durfte. Deshalb wählten 1949 die Stadtverordnetenversammlung von Berlin und danach das neu geschaffene Berliner Abgeordnetenhaus entsprechend der Stärke der dort vertretenen Parteien Vertreter für den Bundestag, die jedoch bei Abstimmungen über Gesetzesvorlagen nicht stimmberechtigt waren. Damit Bundesgesetze auch in West-Berlin in Kraft traten, mussten diese gesondert von der Stadtverordnetenversammlung beziehungsweise ab dem 11. Januar 1951 vom Abgeordnetenhaus verabschiedet werden. Blicken wir damit auf das Wahlergebnis. Insgesamt waren rund 31,2 Millionen Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,5 Prozent. Zur Überraschung vieler wurde die Union mit 31,0 Prozent stärkste Kraft und sicherte sich 139 Mandate. Mit dem zweiten Rang musste sich die SPD mit 29,2 Prozent begnügen. Damit wurde der erhoffte Wahlsieg verfehlt und letztlich strebte man keine Regierungsbeteiligung unter Adenauer an. Hinter Union und SPD kam die FDP auf 11,9 Prozent. Es folgte die KPD mit 5,7 Prozent und die Bayernpartei, kurz BP, die nur in Bayern wählbar und christdemokratisch war, erhielt 4,2 Prozent. Knapp dahinter kam die DP, die deutsche Partei, die nationalkonservativ war. Sie erhielt 4,0 Prozent. Die deutsche Zentrumspartei, DZP, die es ja schon in der Weimarer Republik gab, erreichte 3,1 Prozent und musste feststellen, keine tragende Rolle mehr im Staat zu spielen. Die sonstigen Parteien und unabhängigen Kandidaten kamen auf 10,9 Prozent. Schaut man einmal darauf, welche Partei jeweils in den Wahlkreisen am stärksten wurde, gelangt man zu folgender Darstellung, auf die ich allerdings nicht weiter eingehen werde. Ihr könnt das Video unterbrechen, wenn ihr euch die Grafik noch weiter anschauen wollt. Ich möchte nun zur Sitzverteilung übergehen. Wie erwähnt, holten die Unionsparteien 139 der 402 Sitze. Die SPD kam auf 131 Sitze, die FDP strich 52 Mandate ein, BP und DP kamen auf je 17, die KPD auf 15 und die Sonstigen auf 21 Sitze. Nennenswert bei den Sonstigen ist, dass die WRP, das war die wirtschaftliche Aufbauvereinigung, die sich an den Mittelstand richtete und populistisch war, zwölf Sitze holte. Neben den 402 vollstimmberechtigten Abgeordneten gab es noch die Vertreter Westberlins. Dies waren anfangs acht, von denen fünf der SPD, zwei der CDU und einer der FDP angehörten. Nach Erhöhung der Zahl der Berliner Vertreter auf 19 zum 1. Februar 1952 stammten neun Abgeordnete aus der SPD und je fünf aus der CDU und der FDP. Im Anschluss an die Wahl bildete die Union eine Koalition mit der FDP und der DP. Zusammen hatte man, und hier beachten wir nicht die Westberliner Abgeordneten, 208 Sitze, deren 202 waren für die absolute Mehrheit nötig. Während die Union mit Konrad Adenauer ab dem 15. September 1949 den Kanzler stellen konnte, musste sie als Preis für die Koalition mit der FDP bei der Wahl des Bundespräsidenten für Theodor Heuss von der FDP stimmen. Heuss war bereits drei Tage vor Adenauer, also am 12. September 1949, in sein Amt gewählt worden. Soviel mal zur Bundestagswahl 1949. Was nun die Kanzlerschaft von Konrad Adenauer betrifft, gibt es auch ein Video von mir, dessen Link unten in der Videobeschreibung angegeben ist. Dort befinden sich auch noch Links zu anderen Videos zur deutschen Geschichte nach 1945.